ARD Text im Auftrag von Funk So, jetzt geht's los. Jetzt wird's lustig. Oh Gott, da liegt er! Fliegt er doch im Boden! Fuck me! Oh, der Flare ist perfekt gekommen, damn. Das ist einer von meinen Flare. What's going to be lit? Not on my watch. Okay, okay. Ich hätte nicht allein gehabt, dass ich sollte. Ich hätte nicht ganz was drauf gehört. Fuck me. 200 Nade geworden ist ja hoch. Oh ja, da stehen noch einige rum. Noch mal, nein. Noch jemand, den sie von mir nähen lassen? Was? Du hast mich durchgeschlagen? Hm, naja, dann. Ich hab mich wegset. Oh, gut. Zap. Ich hab Leute oben gesehen. Loll. Klang 2. Hm. Ich hab nur auf einmal so Schüsse von nichts gehört haben. Ich hab nicht so hängen geblieben. Oh, fuck. Oh, zurück. Erste Hilfe. Nein. Ähm. Wer hatte ich? Im Ding drin, im Ausguck. Oh, okay. Oh, jetzt. Hop, hop, Juni. Oh mein Gott. 140er Nade. Was denn los? Ich hab gerade Fragen, ob wir ihn übersehen hast. Ich hab auch einen Monenlieb. Nee. Ich hab auch einen Monenlieb. Ich hab auch einen Monenlieb. Oh, ich hab mich nicht. Das Zeugnützt war. Ich hab das Zeugnützt. Ich hab schon so offgraft, Alter. Ich hab schon so offgraft, Alter. 4 oder 15 Mal diese Runde. Die letzte 3 Minuten. Dann haben wir hier auch schon 2 Mal. Okay, Klapp, 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 Klapp. Köln das Ziel bis zum letzten Mann ich bin mit dem Klapp auf mich zugelaufen, ganz ganz langsam, ganz 8 Jahre um die Küsse zu verscheuchen da den Leadshot das ist alles mit dem YOLO hier ich habe mich jetzt habe ich noch gehadert mein Revolver, gell, was? oh Gott warum laufe ich immer hier lang, wo YOLO langläuft was geht eigentlich? ja, mein Trend Trader ist da waren 4 Medics, YOLO ich hab glaub 8 Kills rausgekriegt nice immer wieder chillen naja, jetzt wird es angreiflich für mich aber ich ziehe jetzt die Gegner werden sich nicht stark genug für eine 100-0 Runde ja, fuck es, ich gehe jetzt ja, fuck es sind wieder die fucking Lemming Medics oh mein Gott, sind hier viele Leute ganz Osten ganz Osten ganz Osten ganz Osten ganz Osten ganz Osten holy shit was ist mit dem gemacht das war ne das war ne ganz Osten